Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Schergen rückt vor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich würde stehen da. Feindlicher Wächter ausgeschaltet. Verstoßene Leibeigene anheuerbar. Wir müssen uns schützen. Es wird keinen Frieden finden. Sie rufen dich. Was darf mit deinem Gesicht? Ich würde sagen, du siehst lieblich endlich aus. Söldner sind verfügbar. Bringe es zur Strecke. Wiederhole etwas. Zurück. Im Innern ein Brennen. Ich sehe es warm. Ich wünschte, es wäre nicht so. Feinde greifen ein Söldnerlager an. Unsere Feinde rücken gegen ein Leibeigenen Söldnerlager vor. Geht nur kommt dir. Zu dir leid. Reindliche Leibeigenen Söldnerrücken aus. Komm her. Komm her. Niemand mehr, Baldur. Führen Sie die Scherben zum feindlichen Wächter und helfen Sie, die Schilder zu deaktivieren. Fliehen Sie, die Schilder zu deaktivieren. Das lassen wir sie hier. Dieses ganze Töten und Siegen macht einen noch besseren Woldur aus mir! Oh, verdammt! Woldurs, Stumpf, Kitz! Mein Fehler! Jetzt geht's genau los! Geh ihm auf! Solange du noch kannst! In der Überzahl, feindliche Streitkräfte bei 40% stärker. Jetzt ist es halt doch rein! Ab, ich bin aus einem Volk! Schergen haben einen Wächter angegriffen und benötigen Hilfe. Ich bin aus einem Volk! Jetzt bitte rein! Ich bin aus einem Volk! Ich bin aus einem Volk! Ich glaube, das gehört euch! Es ist erledigt. In der Überzahl, feindliche Streitkräfte bei einer Überstärkung. Boldurs Axt! Seht Boldurs Axt an! In der Überzahl, nur noch zwei Gegner sind übrig. Da. Die fahre von beiden! Hier, ich sehe euch alle in der Hölle! Feindlicher Wächter vernichtet. Das ist deine Zielscheibe!